Ein Schwarz-Ogare? Was? Schwarz-Ogare sind im Allgemeinen sehr viel intelligenter als ihre kontinentalen Gegenstücke. Was zum Fick ist ein Schwarz-Ogare? Großes Ding aus Oga. Großer Oga. Nur dass er intelligent ist. Und er sitzt auf der Gefängnisinsel und bewacht die ganzen Gefangenen, die der Sphärenschänder hier abgeliefert hat. Ja, also wenn wir ihm wirklich ein Schnäppchen schlagen wollen, müssten wir am besten diesen Bastard umbringen. Wenn wir den Rulatis richtig schaden wollen. Das würde mich am meisten freuen. Aber dann müsstet ihr nicht in den Hafen, sondern auf die Gefängnisinsel. Also, das ist halt die Gefängnisinsel, aber ihr müsstet nach Perch dann. Das ist den Berg hoch von der Hafenfestung aus, den Berg hoch. Naja, und seien wir mal ehrlich, ihr habt bestimmt schon ein paar Mal überlegt, wie ihr diesen Bastard loswerdet, richtig? Naja, es ist ein Schwarz-Ogare, der in einem Gefängnis sitzt. Also nein. Naja, habt ihr denn eine Idee, wie man da vom Besten rankommt? Also, es gibt nicht viele Leute, die aus Perlstein ausgebrochen sind. Aber einer meiner Jungs hat es mal geschafft. Und er sagte, es gibt wohl sowas wie einen Geheimtunnel. Aber deswegen haben wir es trotzdem... Naja, wir brechen da nicht ein. Wir machen halt Brandanschläge auf den Hafen und verziehen uns dann wieder. Könnt ihr uns diesen Gesellen von euch vielleicht einmal ausborgen? Hört sich nach einem Mann an, mit dem wir sprechen wollen. Ah, na gut. Kann ich euch holen. Ich weiß nicht, ob er gerade am Hafen ist, aber wenn ich ihn auftreibe, dann... Naja, dann tun wir unser Möglichstes, um diesen Bastard da umzubringen. Das sollte euch ja schon mal ein bisschen Luft verschaffen, oder nicht? Ja, sicher. Sind irgendwelche Gefangene da nützlich? Wisst ihr von irgendwem, den wir befreien könnten, der vielleicht hilft? Na, die... Ich würde nicht sagen, dass die Zellen voll sind. Sehan sagt, dass... Dass der Gondryk sich wohl den einen oder anderen Happen mal genügt. Und wenn die Zellen zu voll werden würden... Wenn die Zellen zu voll würden, dann fängt er an, sie zu fressen. Den Happen genügt. Erläutere doch bitte. Alter Fristi. Was? Ja, vermutlich die gleichen Esmonieren wie seine... Äh, nun ja, weißen Verwandten, vermutlich. Er ist der Kerkermeister. Er ist derjenige, der stärkst... Er ist halt kein Pirat. Er ist halt... Orberat hat ihn da hingesetzt. Warum auch immer. Und... Orberat ist schon lange weg. Und Xeran auch. Aber... Jetzt, äh... Kommen die ganzen Gefangenen eben von Palligan. Hauptsache, er bekommt sein Fressen. Dann ist er zufrieden. Dann ist es ihm nicht egal, wen er frisst. Also, dann ist es ihm egal, wen er frisst. Und von wem er die kriegt. Also ist er für wen auch immer gerade diese Insel für sich beansprucht. Nur nichts weiteres als ein Wachhund. So kann man sagen, ja. Oh ja, das klingt ja nach einem guten Stil, würde ich sagen. Äh, sagt, gibt es hier auch einen Keller? Ihr habt aber schon verstanden, dass... Ich meine, du bist Großjunge. Du hast gute Muskeln, aber... Er ist halt ein Schwarzooger. Das ist dir schon klar, oder? Schwarzooger sind glücklicherweise um einiges kleiner als ihre kontinentalen Gegenstücke. Ja, damit passt er ins Gefängnis. Äh, genau. Nicht weniger gefräßig. Oder dumm. Tatsächlich weniger dumm, aber... Das ist eine Frage der Maßstäbe, nicht wahr? Ist eine Katze weniger dumm als ein Hund? Ja. Aber sie sind beide damit immer noch zu nichts zu gebrauchen. Verzeih, verzeih. Ich schreife vom Thema ab. Der Punkt ist hier ein witzig kleines... Also ich bin eher so der Hundemensch. Hier ein witzig kleines Attentat zur Attentation. Wer das Kassel hat Probleme, oder? Der Pentilio, wie viel größer als ich hieß der denn? Ah, vielleicht einen Kopf. Zwei? Äh, drei, wenn er sehr fett ist. Oh, das kriegen wir hin. Das ist der größte Schwarzooger, den ich hier gesehen habe, aber... Wie viele Schwarz... Ich werde gerade sagen, ich will der Schwarzooger, der hat die hier oben nennen. Also, Oger haben wir eine ganze Menge. Also, er ist halt der Chef von den Ogern. Aber er ist der einzige Schwarz-Oger. Und andere habe ich nicht gesehen. Ja, den werden wir schon los. Bist du irgendwelche Schwachstellen von Ogern, wenn hier oben ein paar mehr rumlaufen? Äh, auf den Kopf zielen. Also, wie immer. Ogern ist eigentlich ganz einfach. Sie sind so langsam, du kannst um sie herumtanzen. Naja, und dann springst du ihn auf den Kopf und ziehst ihn so lange in den Haaren, bis sie aufgeben und sich hinsetzen. Und dann kannst du einfach weggehen. Ja, eine faszinierende Elfen-Strategie. Er sagt einmal, gibt es hier in dieser bezaubernden Anlage auch einen Keller? Ich habe doch schon gesagt, dass ich hier drei Kellergewolle habe, wo ich eigene Gefangene hinbringen könnte, aber viele habe ich auch nicht. Hätte ich etwas dagegen, wenn ich mir etwas umsehe. Ich habe so einen Bauwerk noch nie gesehen. In den Gefängnissen? In den Kellern. Ja, sag ich doch, in den Gefängnissen. Wenn ihr so wollt, ja. Könnt ihr machen, aber meine Schätze verwahre ich da nicht. Keine Sorge. Das hatte ich auch nicht vermutet, dass ihr eure Schätze bei euren Gefangenen verwahrt. Tja, kommt mit. Ach so, die meisten befrage ich und danach hänge ich sie nach draußen zu den anderen. Das spart doch nicht sehr viel Platz. Verständlich. Immerhin fresse ich sie nicht. Ja, das ist gut für euch. Vermutete, die schmecken auch nicht besonders. Weiß ich nicht. Ich esse keine Menschen. Ja, nein, lass mir das. Nach ruhig. Ja, wenn du dann durch die Gebäude schreitest oder durch dieses trotzige Bauwerk, kannst du tatsächlich wohl auch einige Wandteppiche erkennen, die wohl von einem heldenhaften Baron Nestor künden, der gegen die Borbarianer gekämpft hat. Vor allem merkst du diesen bläulichen Marmor, der überall eingearbeitet ist, immer mal wieder. Vor allem, je tiefer du kommst. Es ist halt, es ist nicht so die Art von diesem Effertstein, der von selbst leuchtet. Er muss halt beleuchtet werden durch deine eigene magische Fackel oder durch andere Lichter. Aber dann, ja, fluoresziert er doch ganz wunderlich, dieser Marmor. Und es ist alles sehr, sehr wellenförmig. Nicht geschnitten, sondern eher gewachsen. Gewachsener Marmor mit Wellenform, würdest du meinen. Keine wirklichen Setzsteine. Gibt es irgendwelche Zeichen oder Gravuren an den Wänden oder Bildnüffel in irgendeiner Form? Zeichen, Schriften? Viele Wellenformen. Und ja, du kannst mal auf Astaria würfeln, Schriften kennen. Habe ich nicht. Ähm, Medarion. Ja, bei mir? Ja, kommt her. Oh, ich dachte mal so, ich dachte mal so laut rufst. Darin ist irgendwie schon über den halben Platz gesprintet, kommt jetzt mit hängenden Schultern wieder. Ich dachte, du rufst so laut, dass wir uns jetzt Dinge zuschreien. Ich wollte extra weit weggehen, damit ich mich schlecht hören kann. Liest einfach, was steht dort? Ich muss schauen, ob mein Darin überhaupt Schriften hat. Gib mir eine Sekunde. Er kann Astaria auf 5. 5, okay, du erkennst das auf alle Fälle. Chip für die 19, Chip für die 19. Dann habe ich es. Was hat er jetzt? Die Mauern sprechen vom Meeresatem. Von einer salzigen Kruste. Es gibt ja, denke ich, wörtlich so wieder. Also so wörtlich, wie er es ins Geräte übersetzen würde. Exakt, er sagt auch, hier steht etwas vom Meeresatem und einer salzigen Kruste. Aber mir, das ist schwer. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich kenne niemanden, der schreibt. Äh, nun, vielleicht könnt ihr mit mir weiter diese Hallen beschreiten. Vielleicht finden wir da einen Hinweis. Wieso spricht denn jetzt die Elfer Alani? Nein, ich möchte nicht. Mir ist das nicht. Ihr wollt doch diese verdammte Harfe finden, oder? Aber wenn sie verdammt ist, will ich sie nicht mehr. Ach, eure Harfe. Wie auch immer. Wollt ihr sie finden oder wollt ihr sie nicht finden? Und ihr erzählt mir nicht, wie wird gefunden werden, wenn ihr es wollt. Oder wenn sie gefunden werden will. Erzählt mir nicht so einen Blödsinn an. Nun, ich kann dir sagen, dass wir sie nicht finden, wenn wir auf eine Wand starren. Ja, kommt einfach mit. Äh, wollen wir mal reden? Probe gegen die Acht? Okay. Wollen wir mal über reden? Probe gegen die Acht? Der Mendarion will mich. Richtig. Der Mendarion, der verschränkt die Arme und geht weg. So ein irischer Abstieg, der geht einfach. Möchtest du schippen, die 15? Äh, die 18? Wenn du eine 17 würfelst, dann hast du gelockt. Ja, mach ich mal. Also Mendarion, während du auf diese Wellenform guckst, du kannst das wirklich nicht gut. Und das ist wirklich sehr alt. Und du weißt auch nicht, warum irgendjemand was aufschreibt, wenn man es auch singen kann. Aber die Wände sprechen von Rüladena. Also Warnungen vor dem Zertauberer. Und von Rülark, von Yamanda Libar Sama und von Chavall. Von der Tiefe. Von einem Kerker. Also meine Übrigenprobe in diesem Fall gelungen mit Chip. Ach, naja, gut, dann gehen wir. Also hier steht etwas von einem Gefängnis oder so, irgendwo. Und Tiefe, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn sie das Meer dort draußen sind, ist es ziemlich weit nach unten. Erwähnen sie irgendwie, erinnere uns etwas von einer Harfe. Würde ich sagen, Fragen auf? Boah, sind schärf. Steht da wahrscheinlich, wahrscheinlich würde irgendwo Yama erwähnt werden, ne? Ja, ja, ja. Also vermutlich steht da nicht Harfe, sondern einfach nur Instrument. Ja, ja, also das auf alle Fälle. Sind schärf, sind schärf, sind schärf, ist ein körperliches Talent. Yamanda Libar Sama. Ja, du musst ein bisschen länger suchen und dann im dritten Untergeschoss, wo ja alles tatsächlich marmorblau um euch herum leuchtet durch die Fackeln, kannst du dann auch in diesen klammendropfenden Kellern eine Harfe finden. In der, in der, in der, in der Wand. Also, als, ich würde sagen, die steht, hier steht nicht der Harfe, und hier ist er. Oh, sieh mal, du hast doch nach einer Harfe gefragt, oder? Hier ist eine. Ja, und was steht dabei? Als Beitext? Kann ich jetzt lesen? Ist es überhaupt lesbar? Dafür reicht er, dass da nicht mehr. Das, worauf ich auch ein hartes Deja Vu. Hm. Und das weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt, erreibt dann wenig dran, ob es nicht vielleicht aber nur Dreck ist. Ich würde mal... Hier ist C, können wir jetzt gehen? Äh, ja, ja, macht man ja schon, ich komme gleich nach. Ja, und damit zieht er von dann in dieser Keller nicht geheuer. Ihr dürft alle eine Selbstbeherrschungsprobe machen. Äh, alle, die jetzt mitgegangen sind. Alle, die mitgegangen sind. Also alle, außer wenn da, wenn er es gerade wieder geht. Genau. Ich weiß ja nicht, da bei mir, da wollt ihr wirklich auf die... ...Führung von diesem... ...sprunghaft im Wesens fernlassen? Nein. Ich muss ihm nicht unbedingt beipflichten, aber ich habe auch kein gutes Gefühl, was diese Anlage hier angeht. Dies könnte einfach nur alles ein Vorderband sein, um jetzt gerade draußen die Tore zu blockieren und uns festzusetzen. Nun, das wäre eine sehr türliche Strategie. Ich würde mich... Ja, Antis, du kannst sehen, ähm, du bist die, äh, ziemlich gelangweilt von diesem elfischen Geschwätz. Ähm, bist du den, äh, gegen so ein bisschen vorgeeilt? Und, äh, plötzlich hast du gesehen, wie das Licht von Abelmiers Fackel, ähm, auch so ein bisschen weniger wird. Weil sie stehen geblieben sind. Und sie stehen da wohl gerade irgendwie mitten im Gang und unterhalten sich und, äh, scheinen dich aber zu ignorieren. Ähm, während du so ein bisschen auf sie wartest, dass sie kommen. Ah, ja, ist auch gar nicht so schlimm, denn, wie du es sagtest, das Geschwätz des Elfen geht Diamantes nur noch auf den Sack. Und so schaut er sich selbst ein bisschen disinteressiert die Wände an mit dem, ja, mit dem Licht, das die eigene Zigarre abwirft. Vor allem, wenn er dran etwas kräftiger dran zieht. Und, ja, ist nicht wirklich interessiert, mit den anderen, äh, zusammen zu bleiben. Bleibt ein bisschen weiter entfernt, wartet und, äh, wartet, bis das Ganze hier gelaufen ist. Du bläst deinen Zigarren, äh, deinen Zigarrendampf so ein bisschen gegen die Wände und kannst wohl dabei erkennen, äh, wie wohl durch diesen Rauch, äh, sich, sich alles so ein bisschen kräuselt. Und du siehst, wie, äh, das ist, das ist nicht das Ende von einer Wand, sondern das ist eine Tür, die wohl aber zugeschmolzen worden ist. Unglaublich filigran, aber jetzt durch diesen Zigarrenrauch, also wenn du ein bisschen mehr Licht hättest, dann, dann könntest du da sicherlich auch die, diese, ne, guckst nochmal genauer hin. Die ist tatsächlich zugeschmolzen. Das ist das Ende des Weges. Sieht so ein bisschen milchig aus, als würde die, die Luft drumherum ebenso erstarrt sein. Ja, jemand, das, äh, fühlt an dieser, äh, Tür entlang mit der Hand, ob er, äh, nachfühlen kann, wo das wohl geschmolzen ist. Oder ob er da irgendwelche Rillen entdecken kann. Oder ist das wirklich perfekt mit der, äh, Wand zusammengeschmolzen? Also, nicht elfisch perfekt, chaotisch perfekt würdest du sagen. Ja, kann ich nicht unterscheiden, aber das reicht dann noch, um die Aufmerksamkeit zu bringen. Hey, Abel mir, beeilt euch mal hier drüben, ich hab was gefunden. Ja, wenn ihr euch so ein bisschen im Keller umblickt. Diamantis ist verschwunden, ihr wisst nicht, wo er hin ist. Wo seid ihr? Diamantis! Ist er denn in ein Loch gefallen? Betten, der ist nach draußen gegangen, um seine Zigarre zu rauchen. Niemand sollte sich bewegen. Vielleicht ist eine Falle hier. Äh, können die mich da noch hören, oder kann ich sie hören? Was ist, oder kann ich das nicht noch sehen? Äh, also... Realistischerweise, wenn die, äh, realistischerweise, wenn die Illusion nur optisch ist, müsste Schall ja durchgehen. Ja, sie können dich hören, aber sie sind ja einfach... Also, die anderen, du bist den anderen egal. Das ist das Problem. Also, ich seh die, äh... Siehst sie, ja? Ruf ihn zu, und die schauen sich jetzt ein bisschen um. Fünf Meter von dir entfernt. Hier drüben! Äh. Wagt. Äh. Oh, jetzt bin ich mit meinem Schwert schon wieder an die Wand gestoßen. Hoffentlich lässt das keine Spuren. Hast du jetzt mal irgendwas gefunden, Abel mir, oder können wir endlich? Wieder gehen. Äh, noch hinten ist eine Schrift, die ich leider nicht entziffern kann, und dieser 11 ist auch nicht so hilfreich. Äh, der ist wieder abgezogen. Äh, 11. So sprunghaft wie eine Katze. Plötzlich steht Diamante wieder vor euch. Ja, marschiert mit, äh, schnelleren Schritten auf euch zu... Sag mal, ich rufe euch die ganze Zeit. Was, was treibt ihr denn hier? Wo kommst du da bloß hier her? Ja, äh, hier, hier durch. Der deutet auf eine Wand. Ja, das ist eine Wand, das hast du gut erkannt. Nee, da ist keine Wand, das ist einfach, das ist einfach egal. Es ist einfach egal, was da ist. Ach. Ach so. Ah. Ah, es ist einfach egal. Also es interessiert euch nicht. Siehst du, deswegen ist mein Darion weggegangen, weil dem die Egalität so egal war. Also Diamante, du deutest halt auf die Tür, also diese verschmolzene, chaotisch verschmolzene Tür, aber die anderen, denen ist es egal. Wie geht das weiter? Wo, wo wollt ihr denn hin? Ich, ich probiere mal das aus. Äh, ich würde mal die Augen schließen und ganz langsam auf diese Wand zu gehen. Naja, da ist halt keine Wand, aber du kannst halt, äh, vorbeigehen an diesem Ding, was auch immer dort wirkt. Und, ja, den anderen wird, aber mir genauso, egal wie Diamante, es eben egal war. Naja, zu Lamin, also. Das war ja schon vorher, also das wäre jetzt ein Kunststück, ist noch engaler zu machen. Also wie lange wollen wir jetzt hier eigentlich noch bleiben? Können wir jetzt endlich wieder gehen? Nun, da Diamante wieder da ist, das scheint jetzt zu nichts zu führen hier. Ja. Wie, wie, das scheint nichts zu führen, hört ihr mir nicht zu, da geht es weiter. Wo denn? Ja, wo Abel mir gerade langgegangen ist. Ja, wo er schreit. Ich sehe nicht, was ihr meint. Ach, Abel mir ist schon wieder hochgegangen. Ja, Diamante, da geht es natürlich weiter, das geht ja auch hier wieder raus. Äh, vermutlich geht er noch den Elfen noch einmal. Ja, macht Sinn. Ja, die Diamante schaut euch nochmal, äh, fassungslos an, dreht sich dann um und läuft, äh, äh, paar Schritte auf Abel mir zu, legt ihm die Hand auf die Schulter. Was ist hier los? Was? Ich würde mir Augen aufmachen und mich umdrehen. Äh, die, äh, können mich scheinbar nicht sehen. Ja, das scheint ein Zauber zu sein. Ein sehr spezieller Zauber. Hm, du könntest sie hier hineinführen. Nimm sie bei der Hand und führ sie hinein. Das würde helfen. Äh, ja, warte mal, die wollen schon wieder gehen. Ja, dann hol sie ein, ich warte hier so lange. Ey, ich steh'n geblieben. Och, Diamante ist jetzt erschreckt mich doch nicht so. Was soll denn das? Ey, ihr macht jetzt allesamt die Augen zu, äh, legt, äh, Rafim ne Hand auf die Schulter und Rafim, äh, du gibst mir deine Hand. Äh, anders scheint jetzt hier wohl nicht zu gehen. Das letzte Mal, als ich mich mit geschlossenen Augen durch ihren finsteren Keller habe führen lassen, hätte ich beinahe eine Hand verloren. Verdammt nochmal, hier ist irgendein Zauber, der hier irgendwas verschleiert. Ich weiß nicht, warum er nicht auf mich wirkt, aber auf euch. Oh, ich hätte da Ideen. Oh, äh. Ich werfe ihm einen bedeutungsschwacheren Blick zu und dann, okay, stell mich halt an, Rafim und tatsch ihm um die Schulter. Naja, gut. Ich vertraue dir mal, Diamantes, aber wenn das jetzt hier so eine ganz witzige Aktion von dir ist, dann finde ich die nicht lustig. Ja, das klingt, als wäre es ihm ernst. Also, ja, bitte, Diamantes. Meint ihr, ist das ein Zufall, dass ihr Abel mir nicht mehr sehen könnt? Ja, der ist schon vorgegangen. Ja, vorgegangen. Ja, ja, hier. Ich gebe ihm meine Hand. Jetzt komm, mach. Dann können wir jetzt im Keller wieder raus. Ja, ihr könnt dann gemeinsam durch diese... Ja, Wand ist es ja nicht möglich. Es ist ein Ding aus Widerwille, was vor euch gelegen hat. Könnt ihr dann vorbeigehen und steht dann wiederum vor einer verschlossenen Tür, vor der er abendmäßig gerade postiert hat. Ah, das seht ihr ja. Hat ganz schön lange gedauert. Oh. Wenn ich mich jetzt aber umdrehe, sehe ich hätte mir auch nichts, was mich interessiert, richtig? Hm, ja, das wirkt eigentlich auf beide Seiten, ja. Das wirkt ja nicht nur in eine Richtung. Der Widerwille wirkt ja in beide Richtungen. Ja, das kann entweder auf einem Objekt wirkt werden, also auf die Tür per se, oder auf den Raum. Es wirkt auf den Raum. Also... Dann? Das Volumen. Das Volumenelement, durch das ihr da durchgegangen seid. Dann, sobald er im Raum drin ist, wirkt der Zauber auf ihn nicht mehr. Er muss wieder aus dem Raum raus, dann wirkt der Zauber. Sonst könnte er sich im Raum ja gar nicht umschauen. Ich würde mich derweil dieser Tür widmen. Hat die eine Klinke, oder ist sie auch eine Steintür, oder ist sie eingelassen? Sie hatte mal so etwas wie eine Klinke, sehr filigran, mittlerweile nicht mehr, nein. Ist es eine Steintür oder eine Holztür? Stein, Marmor. Blauer Marmor. Dann würde ich mir mal erstmal den Rahmen angucken und den Fußboden vor der Tür. Ja, milchig erstarrt. Also, du siehst, dass ein weiches Erstarre hier gewirkt hat. Interessant. Also, die Tür selber ist richtig verschmolzen, auch mit diesem Stein wieder rum. Die Tür ist verschmolzen. Ich würde jetzt mal mit dem Stab dagegen poppen. Massiv. Hm. Es scheint, als müssten wir uns hier durchwühlen. Wühlen, ja? Ja, oder wir benutzen einen etwas, nun ja, destruktiveren Zauber, um uns hier durchzubringen. Ich weiß längst nicht, wie tief diese Tür ist und sich das auf die Bausubstanz auswirkt. Neum, ihr seid der Architekt unter uns. Hm. Ich schaue mir die anderen Wände an. Kann ich auch darauf schließen, wie dick diese Tür, Wand ist? Wahrscheinlich eher nicht, wahrscheinlich lieber. Ne, mit deiner verpatzten Probe lasse ich da nichts mehr zu. Ich, ich klopfe einmal gegen die Wand und möchte danach einschätzen, wie dick sie ist. Hm. Was für eine schwörte Sinneschärfe Probe ist das? 15? Ja, mach mal eine Sinneschärfe Probe. Ich probiere das. Drei Punkte. Du brauchst halt Stemmeisen und Hacken, dann kannst du dich auch durch den blauen Marmor durchhacken. Das ist halt beliebig langatmig. Kriegst du bestimmt oben. Also ich habe ja einen Pylos aus magischem Metall. Halte ich den für stabil genug, um mich da rein zu prügeln? Ich könnte den an der Wandraum drauflegen, damit er auch zerstörbar ist. Also das ist Titanium, richtig. Ja, das ist... Also damit kommst du durch alles durch. Okay, ich würde... Ähm, stell doch hier mal ein Stück zurück. Wir gucken mal. Moment, Moment, ne, probiert es erst mal mal. Dann habe ich eine zweite Möglichkeit. Und dann würde ich einmal mit voller Wucht gegen die Wand hämmern und gucken, ob das überhaupt Effekt hat oder wie. Das ist halt keiner Spitzhack, ey. Ja, aber es ist halt aus Titanium. Weil, aber was ich meine ist, dir fehlt irgendwie ein Punkt, den du in die Wand treiben kannst. Sondern du hast ja nur die Klinge und die würde einfach abprallen. Wie sieht ein Pylos denn nochmal genau aus? Äh, ist ein Pylos nicht einfach nur im Grunde eine fancy Gläwe? Lass mich mal eben, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das Ding zu 100% aussah. Wie ein Pylos, so eine Doppelklinge, oder? Nee, du hast eine Zweililie. Ach ja, stimmt. Es hat eine Spitze, meines Erachtens. Ja, es ist von der Spitze an der Spitze. Das Problem ist, die Spitze ist an der, an der Längsseite. Du kannst allerdings damit stechen und wenn du stichst, kannst du halt nicht die, die Haukraft aus den Armen aufbringen. Halt. Wir stichst nicht in mir das Ding mal. Gucken, wir gucken mal, was passiert. Hat das überhaupt einen Effekt? Also, ja, natürlich, das hat einen Effekt. Du kannst auch mal deine Trefferpunkte auswürfeln. Hier, die Wand ist bewegt sich gar nicht. Nee, die Wand bewegt sich nicht, aber die hat Strukturpunkte und eine Härte. Das hat sie auf alle Fälle. Okay, ich meine, da jetzt Wuchtanschläge sagen, reinzulegen ist dumm, oder? Nee, nee, das ist das nicht. Würde 21 Schaden machen. Mit einem magischen Metall. Du merkst, dass der Marmor splittert, aber es ist halt nicht so ein Durchbrechen. Du kannst aber sehen, dass, oder vielmehr kommst du auf die Idee, dass du wohl nicht die Wand anvisieren solltest, sondern vielleicht vielmehr diesen versiegelten Schaum, diese geschmolzene Kleie, die da irgendwie zwischen der Türspalte hängt. Also, das ist so das, was die eher in den Sinn kommt, nachdem dieser Marmor splitterte. Du kannst aber auch ein tiefes Grollen aus deiner Waffe wahrnehmen. Ja, also zwei Punkte. Raskorda ist kein Freund von dem, was wir hier machen. Und ich glaube, wir sollten hier an der Seite irgendwie, hier, da hat doch irgendeiner irgendwas gemacht hier, da hat doch einer Stein hingegossen. Hier so ein Zwerch bestimmt. Nun, das ist ein Varian-Zauber, der Steine schmelzen lässt, ihr. Ja, aber wenn ihr, also, Raphim, nimm mal so seine Hand und mal so eine Linie geführt an die Wand. Also hier müssen wir doch ungefähr was wegmachen, weil da war doch mal die Tür-Eingang, was auch immer hier mal war. Meint ihr nur da, wo ihr angezeigt habt? Das lässt sich machen. Ja, so auf der gesamten Länge. Ja, ich, mach doch mal was Magisches. Ja, dann gut, dann gut. Ich gebe allerdings zu. Ähm, Sekunde, weil mich gerade jemand fragt, ich hatte das Bild von Pylos in unserem Discord geprakt. Nice.